Hallo liebe Chemieinteressierte, herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht wieder um diesen berühmten Herrn Gilbert Newton-Lewis und seine Lewis-Formeln. Wir zeigen bereits zu diesem Thema das Video Nummer 10. Das Thema des Videos lautet Organische Radikale. Zwei kurze Sätze zur Begriffserklärung. Radikale sind chemische Teilchen mit ungepaarten Elektronen. Organische Radikale bestehen aus den chemischen Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff. Für die Bastelei chemischer Systeme benötigt man das Periodensystem der Elemente, PSE. Wir schauen dort nach bei C, dem Symbol für Kohlenstoff, und finden es in der vierten Hauptgruppe. Das bedeutet, dass ein Kohlenstoffatom über vier Außenelektronen verfügt. Genauso finden wir H, das Symbol für das chemische Element Wasserstoff, in der ersten Hauptgruppe. Ein Wasserstoffatom verfügt daher über ein Außenelektron. Zeichnen wir zunächst ein einfaches, organisches Radikal. Im Zentrum befindet sich ein Kohlenstoffatom. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung zu Hause